Daten. Nochmal. Warum? Weil wir noch einen tollen Beruf haben, der sich mit Daten auseinandersetzt. Und zwar den Data Analyst. Wir haben so viele Daten und, naja, der Data Analyst analysiert diese. Danke, Sherlock. Ja, ich weiß. Daten analysieren. Data Analyst. Ja, klar. Okay. Aber was genau unterscheidet den eigentlich vom Data Scientist und was genau macht der eigentlich überhaupt? Wenn ihr Data Analyst seid, dann seid ihr in einem Unternehmen drin normalerweise. Und ihr wollt wissen, wie gut ist eigentlich das Unternehmen in den verschiedenen Aufgaben? Kleines Beispiel aus meinem Unternehmen, denn ich mache quasi auch bei mir Data Analysis auf den Daten, die ich von YouTube bekomme natürlich. Ich bekomme von YouTube Daten, wie zum Beispiel, was ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie alt seid ihr? Welches Geschlecht habt ihr? Was für Interessen habt ihr? Was guckt ihr vielleicht noch so für Videos? Und wie lange guckt ihr natürlich das Video? Und vor allem, welche Videos guckt ihr wie häufig an? Das sind die berühmten Klicks, von denen immer alle reden. Und ja, natürlich analysiere ich die auch, weil ich wissen will, wie kann ich euch am besten neuen Content bringen? Was interessiert euch am meisten? Wovon sollte ich mehr machen? Und was sollte ich vielleicht eher weniger tun? Und da kommt natürlich dann auch für mich ein gewisses Feedback bei rum und ich kann meine Videos sozusagen auf euch ausrichten. Was braucht ihr eigentlich und was ist gut für euch und was ist vielleicht nicht so sinnvoll? Und genau das kann man eigentlich überall hin übertragen. Man kann das übertragen auf, wie viele Patienten können wir bedienen? Wie gut werden diese Patienten bedient? Wie zufrieden sind unsere Patienten? Und so weiter und so fort. Und dann muss man diese Daten natürlich analysieren. Wie war es vor einer Weile? Wie ist es jetzt? Und was genau kann man dann am Ende aus diesen Daten rausnehmen? Das nennt sich Interpretation und es ist gar nicht immer so einfach. Denn wenn ich zum Beispiel meine YouTube-Graphen zum Beispiel angucke, wo ihr zum Beispiel wegschaltet, dann sind das manchmal ganz komische Stellen. Ich frage mich so, was ist da geschehen? Aber manchmal habe ich da dann zum Beispiel einfach eine Werbung drin, die ich da eigentlich gar nicht reingesetzt habe. Die hat YouTube dann für mich da reingepackt und ich merke, oh, okay, vielleicht hätte ich das da nicht reinpacken sollen. Aber so lernt man dann eben auch und so macht man es in Zukunft besser. So kann man sich verbessern. Und genau das ist eben der Job eines Data Analysts. Okay, jetzt, aber wie unterscheidet sich der Data Analyst vom Data Scientist? Nun, im Endeffekt genau in diesem Punkt. Denn der Data Analyst nimmt Daten, die das Unternehmen hat. Also zum Beispiel meine Watchtime oder meine Klicks, die ich auf den jeweiligen verschiedenen Videos hatte. Oder, oder, oder. Das, was ich halt habe. Und verwerte das und versucht zu analysieren und, ja, zu analysieren, wie gut ist, was und was kann man vielleicht noch optimieren. Er analysiert eben. Der Data Scientist geht eben diese wissenschaftliche Fragestellung. Das bedeutet, er hat eine Fragestellung, kann ich einen Chatbot bauen, der eure Kommentare beantwortet? Das wäre eine Data Scientist-Fragestellung. Und die wird mit Ja beantwortet und dann wird ebenso eine KI gebaut. Dazu muss man natürlich einiges tun. Aber im Endeffekt ist das das, was der Data Scientist tut. Der Data Analyst, also ich, analysiert aber nur, was ich da gerade so habe und entscheidet dementsprechend für das Unternehmen relevante Dinge. Also zum Beispiel weniger Tutorials, mehr hiervon, weil ihr gerne mein Gesicht seht, offensichtlich. Irgendwie sowas, ja, weil solche Videos irgendwie tatsächlich häufiger geklickt werden. Aber dann muss man natürlich auch einen Trade-off machen. Wie viel Aufwand ist so ein Video mit Gesicht und wie viel Aufwand ist ein Tutorial? Und wie performt so ein Video auf lange Zeit gesehen? Solche Sachen muss ein Analyst dann auch machen. Ihr seht, YouTube hat wahnsinnig viel mit Daten zu tun auch. Und gerade für mich ist das natürlich spannend, weil ich in dem Bereich auch sowieso ein bisschen fitter bin. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich alle meine Entscheidungen nur von den Daten abhängig mache. Es kommt natürlich auch stark darauf an, was ich für eine Ideologie verfolge. Aber das ist bei einem großen Unternehmen eher selten so. Okay, das heißt, da unterscheidet sich schon grundsätzlich was. Aber wie sieht es denn eigentlich mit den Skills aus? Da muss man sagen, gibt es eine große Überschneidung. Ihr werdet in beiden Bereichen sehr, sehr eng, also als Data Scientist und als Data Analyst werdet ihr relativ viel mit den Entwicklern zusammenarbeiten, euch die Daten geben lassen oder selbst zusammencrunchen. Ihr werdet SQL benutzen. Ihr werdet eben Datenbanken benutzen. Ihr werdet Cloud benutzen, um eure Projekte rechnen zu lassen. Ihr werdet aber vor allem als Analyst auch Dashboards bauen, um diese Statistiken etc. leicht zugänglich zu haben, damit ihr sie nicht jedes Mal neu machen müsst. Weil jedes Mal neu die Statistiken von, keine Ahnung, den letzten 28 Tagen zu bauen, das ist ziemlich umständlich und das macht man nicht. Deswegen baut man sich ein Dashboard und lässt dort die Daten einfließen. Und dann kann man da eben relativ leicht drauf zugreifen. Und ihr werdet dann natürlich sehr, sehr viel die Daten auch interpretieren und dann einen Report schreiben. Ihr werdet als Data Analyst sehr viel Reports schreiben und dementsprechend müsst ihr auch eine gewisse Fachkompetenz haben. Der Data Scientist muss in seinem Bereich eine Fachkompetenz haben, der Analyst auch in seinem Bereich. Also jeder braucht so ein bisschen übergreifende, fachübergreifende Informationen natürlich, um dann entsprechende Informationen auch geben zu können wieder. Denn ansonsten kann man sowas auch nicht entscheiden, was ich meine. Wenn ich jetzt nicht im YouTube-Thema drin wäre, könnte ich nicht wissen, was ist eigentlich eine Zuschauerbindung und wie ist die relevant für das, was ich mich jetzt, oder für das, was ich jetzt hier entscheiden soll als Video. Dementsprechend, die beiden Aufgabenbereiche unterscheiden sich schon stark, aber die Skillsets, die sind relativ ähnlich. Und beides Mal macht man SQL, beides Mal arbeitet man mit Daten. Vielleicht im Fall vom Data Analyst eher seltener mit künstlicher Intelligenz an sich, sondern eben eher mit dem Analysieren der Daten, meistens auf statistische Art und Weise. Und vom Gehalt, da ist eigentlich auch nicht der größte Unterschied drin. Also GetInIT hat mir hier gesagt, für 44.000 könnt ihr einsteigen. Beim Data Scientist waren es jetzt 45.000, aber das ist jetzt nicht so relevant. Der Data Analyst verdient zwar im Schnitt ein kleines bisschen weniger, muss aber dafür natürlich auch ein kleines bisschen weniger Skills haben. Also sowas, wie gesagt, mit TensorFlow-Neuronale Netze sind eigentlich eher seltener beim Data Analyst. Und dementsprechend, ja, für den einen oder anderen vielleicht auch ein spannendes Thema. Gerade Wirtschaftsinformatiker gehen häufiger mal in diese Datenanalysierungsmethode rein oder in diese Thematik rein, weil sie natürlich da schon zu Hause sind. Also ich meine, die machen wahnsinnig viel Statistik. Die haben den Hintergrund vom Unternehmen, vom Business-Bereich und sie haben den Hintergrund Informatik. Deswegen ist das eigentlich genau das Richtige für euch dann auch. Aber wie gesagt, das müsst ihr natürlich ihr selbst entscheiden. Und ja, dementsprechend bleibt natürlich die finale Entscheidung, ob ihr sowas machen wollt, bei euch. So, und falls ihr sagt, ey, Mensch, das ist genau mein Ding, ich will in diesem Bereich auch wirklich arbeiten, ich will wirklich was professionell damit tun, dann schaut bei unserem heutigen Sponsor vorbei und zwar GetInIT. Ich habe ja schon häufiger was mit GetInIT gemacht und es freut mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen als Sponsor. Denn es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für euch vor allem. Und zwar, ihr könnt euch dort registrieren und für euch kostet das überhaupt nichts. Und anschließend euer Profil ausfüllen. Das bedeutet, ihr könnt hier eintragen, was ihr für Skills habt. Hier sehen wir schon, wie viel wir eigentlich schon gemeinsam gemacht haben. Hier können wir zum Beispiel jetzt noch Pandas eintragen. Das ist, wie gesagt, eine wichtige Bibliothek im Bereich zu Python. Und können hier dann eben unser Profil vollständig ausfüllen. Also, welche Sprachkenntnisse haben wir, was für Perspektiven, Studium, Lebenslauf, Ausbildung, Praxiserfahrung und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles eintragen. Und das Tolle ist, ihr müsst nichts weiter tun. Ihr müsst einfach nur euer Profil aktiv stellen, also nicht pausieren, so wie ich das gemacht habe. Und ihr könnt angeschrieben werden von einem Arbeitgeber. Von einem von sehr vielen Arbeitgebern, die genauso jemanden suchen, wie ihr einer oder eine seid. Und das ist das Coole dabei. Euch kostet das überhaupt nichts. Das dürfen die Arbeitgeber dann bezahlen. Und ihr könnt so relativ problemlos einen Job finden, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch finden. Von den Leuten, die sich hier wirklich registriert haben, über meinen Rev-Link unten in der Beschreibung, die haben tatsächlich auch schon zu 80% eine Anfrage bekommen, eine Jobanfrage bekommen, sofern sie zumindest natürlich hier ihr Profil komplett ausgefüllt hatten. Und das freut mich wirklich sehr. Deswegen promote ich auch GetInIT so gerne. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.